Vorwärts in Liegenplatz Allgemeins Stäge, Pfähle oder Nachbarschiffe dürfen während der Ein- und Ausfahrt nicht dosiert werden. Das Schiff steht am Schluss parallel und in der Mitte des Liegenplatzes still. Bei Strömung, Wellen, Gang und Wind darf das Schiff in Folge Abdrift zwischen den Pfählen angehalten werden. Das Manöver ist aber erst fertig, wenn drei Viertel des Schiffes im Liegenplatz stillstehen. Circa drei bis vier Bootsplätze vorher drehen wir voll nach Steuerbord ab. Wir lassen das Schiff so weit drehen lassen, bis wir ca. einen 45 Grad Winkel vor dem Liegenplatz erreicht haben. Anschliessend stellen wir den Motor gerade und stoppen die Schiffe bis und mit Stillstand ab. Nach dem Mob stoppen drehen wir voll nach Backbord und legen den Rückwärtsgang wieder ein. Sobald das Schiff schön dreht, nehmen wir den Gang raus. Wie der Bug nachher schöne Liegenplatz hinein zeigt, stellen wir den Motor gerade und legen den Vorwärtsgang ein, um hineinzufahren. Achtung, während der Einfahrt, sollte man die Pfähle und die Nachbarschiffe nach Möglichkeit nicht touchieren. Beim Bremsen entstehen Radeffekt und die Korrektur des Radeffekts erfolgt während des Rückwärtsgangs, indem wir ca. eine halbe Lenkradumdrehung nach Steuerbord drehen. Es genügt, wenn drei Viertel des Schiffes im Liegenplatz stehen. Das ist eine halbe Lenkradumdrehung. Das ist eine halbe Lenkradumdrehung. Das ist eine halbe Lenkradumdrehung. Ich aber auch noch eine halbe Lenkradumdrehung. Das ist eine halbe Lenkradumdrehung.